Uttana Mandukasana ist der intensiv gedehnte Frosch. Ausgangsposition ist Mandukasana, das heißt du sitzt zunächst mal auf den Fersen, dann setzt du dich zwischen die Fersen, die Zehenspitzen nach innen und die Knie nach außen. Und dann hebst du die Arme nach oben hoch und du gibst dann die rechte Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte Schulter und dann bist du in Uttana Mandukasana. Manche sagen auch Uttana Mandukasana muss eine Dehnung sein, nicht nur die nach oben aufgerichtete Frosch. So kannst du dann von hier dich langsam nach vorne beugen und die Arme nach vorne ausstrecken und so bist du auch hinten gedehnt.